Wenn man an das Land Schweden denkt, dann kommt vielleicht über kurz oder lang der Name Ikea auf. Und der schwedische Möbelhersteller hat jetzt auch eine weitere Filiale eröffnet. Und zwar am Donnerstag, den 26. August, hat hier hinter mir am Westbahnhof der nächste Ikea seine Tore geöffnet. Man sieht es vielleicht schon von außen, ein sehr modernes und sehr grünlastiges Bild, das sich uns hier bietet. Um allen Besuchern einen entspannten Shoppingtag zu ermöglichen, gibt es heute hier die Möglichkeit mit der Variante Click & Meet sich dementsprechend schon ein Zeitfenster zu holen, damit es dann auch nicht zu allzu langen Wartezeiten kommt. Und der Ikea hier im Hintergrund, er sieht auf jeden Fall gut aus. Es gibt ganze sieben Stockwerke. Vier davon sind mit Verkaufsflächen in einer Größenordnung von 9000 Quadratmetern. Es ist nicht die größte Ikea-Filiale, aber doch auch nicht eine so kleine. Wir haben mit dabei drei draußen Produkte im Angebot bei Ikea, die man hier vor Ort direkt mitnehmen kann. Dann möchte man sich größere Sachen kaufen, wie beispielsweise Möbel, Tische. Dann muss man entweder sich die Produkte liefern lassen oder sie dann im Verteilerzentrum im 21. Bezirk abholen. Und es gibt auch für das leibliche Wohl einiges. Und zwar gibt es im letzten Stock auf dem Dachgeschoss auch einen entsprechenden Gastro-Bereich und auch ganze drei Gastro-Betriebe, die im Inneren des Ikeas für das leibliche Wohl der Gäste sorgen. Wenn man übernachten möchte, gibt es sogar auch eine Möglichkeit. Und zwar ein Hostel der Accor-Gruppe steht hier zur Verfügung. Das Bild, das sich uns hier bietet, ist auf jeden Fall ein sehr schönes. Auch Bürgermeister Michael Ludwig war heute kurz vor Ort, um bei der Eröffnung dabei zu sein.